Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik. Kaul ist mein Name und ich berichte normalerweise hier regelmäßig über aktuelle Sets von Lego, die ich sehr explizit dann vorführe, indem ich sie selbst gebaut und dann abgefilmt habe. Heute ist alles anders. Heute gucken wir uns nur ein paar Fotos an, weil es hat sich was in dieser Woche ereignet, was wahrscheinlich den einen oder anderen erwachsenen Lego-Fan dazu veranlassen wird, nicht nur sein Herz, sondern auch sein Portemonnaie, sprich auch sein Konto zu öffnen. 199 Euro wird er in nächster Zeit, wahrscheinlich Anfang Februar, loswerden, weil die Simpsons kommen und zwar in Lego-Form. Davon steht zwar noch nichts im aktuellen Katalog oder auch im aktuellen Lego-Magazin, macht aber nichts. Anfang dieser Woche gab es nämlich schon so eine Art Wikileaks beziehungsweise eine entsprechende Erstinformation, die so durchgesickert ist. Und ab dem 8. Januar ist es nun offiziell, es gibt eine Pressemitteilung, die Simpsons kommen bei Lego raus. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt schon im Februar. Erstmal mit einem großen Set, nämlich das Simpsons-Haus. Das gucken wir uns dann gleich mal genauer an. Und dann wird es im Mai gleich zwei Dinge geben, die damit noch zu tun haben. Zum einen wird es eine entsprechende Simpsons-Folge geben, sprich also eine normale Zeichentrickserien-Folge, wo Lego eine große Rolle spielen wird. Und parallel dazu wird es 16 weitere Minifiguren geben. Die schlechte Nachricht dabei vielleicht, das Haus ist groß, das ist noch gut, kostet aber dann auch entsprechend. Nämlich das, was viele schon prognostiziert hatten, nämlich 199 Euro. So, wird das in Deutschland kosten? Sehen wir uns gleich an, ob es das auch wert ist. Und die Minifiguren, die dann im Mai kommen, die werden dann nicht normal 2,49 Euro kosten in Deutschland. Das ist ja bei den normalen Minifiguren so der Fall. Nee, die kosten dann gleich mal 3,99 Euro. Aber dafür sind es ja dann Simpsons-Figuren. Ob weitere Sets kommen, weiß man nicht. Das Ganze ist jetzt erstmal aufgrund 25 Jahre Simpsons dann angekündigt worden. Aber wenn man schon mal mit Fox, also diesem Fernsehsender, der die Simpsons produziert, zusammenarbeitet, wäre es doch ein Graus, wenn man da nicht noch ein bisschen was drauflegen würde. Und ob sich diese 199 Euro denn jetzt im Februar lohnen, das werden wir gleich erkunden, wenn wir uns mal die Pressefotos von Lego angucken. Das Copyright von den Fotos liegt bei Lego. Und es gibt auch, darauf sei schon mal hingewiesen, ein kurzes Video bei YouTube, das verlinke ich auch, wo die Designer so ein bisschen was über dieses Set erzählen. Leider nur 3 Minuten und sehr oberflächlich, aber man kriegt schon mal so einen ganz kleinen Eindruck davon, wie denn solche Minifiguren und so ein Set vielleicht entsteht. Und man merkt auch, wie begeistert die waren. So, aber jetzt gucken wir uns mal die Fotos an. Und ab. So sieht's aus. Da haben wir nämlich die Packung. So soll sie denn im Laden stehen, beziehungsweise so wird man sie dann bestellen können. Man sieht, das ganze Set hat die Nummer 71006, soll ab 12 ungefähr sein, heißt das Simpsons Haus. Und 2523 Einzelteile warten darauf, zusammengebaut zu werden, um dann ein solches Haus zu bauen. Was auch schon mal dabei ist, das erkennt man hier unten links, ist wieder so eine Rampe. Die habe ich ja gerade erst bei den Turtles vorgestellt, aber hier scheint man ein bisschen klüger rangegangen zu sein. Die hat auch noch was davor gebaut. Bei den Turtles knallte man hier noch gegen den entsprechenden Rand. Ja, hat Bart's doch gut dabei. Und das Haus als solches, erstmal auf den ersten Blick, ziemlich interessant. 2523 Teile ist natürlich auch schon ein Pfund. Das ist durchaus vergleichbar mit den ganz großen Herr-der-Ringe-Sets und, und, und. Also mit diesen 199 Euro ist das schon ein normaler Preis, was bei Lego leider für Lizenzsachen und in dieser Größenordnung inzwischen angeboten wird. Wir sehen auch schon, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minifiguren dabei. Die muss man nachher nicht mehr für 3,99 kaufen. Und man erkennt auch, das Haus erstmal sieht sehr massiv aus. Und wir werden auch hier oben, oder sehen es hier oben auch schon, es hat also auch die Möglichkeit, aufgeklappt zu werden. Und das sollte man auch tun, weil, da werden wir gleich entdecken, da gibt es eine ganze Menge, was man schon mal Schönes sehen kann. Es gibt sogar, hier vorne sehen wir zum Beispiel, so einen kleinen Briefkasten dabei. Und wir haben auch das rosa Auto, das erkennen wir schon mal hier. Und wir haben auch hier so einen Grill schon mal. Ned Flanders ist auch dabei. Und ansonsten die üblichen Verdächtigen eben, wir werden sie gleich nochmal genau sehen. Dann Bart, Silisa, dann Maggie, hier Marge und natürlich Homer. Und wie gesagt, Flanders. Schön, dass der auch mal reingucken darf. Jo, also Packung schon mal gelungen. Und wir gucken uns jetzt mal als nächstes die Minifiguren als solches an. Und da haben wir hier schon mal links, ja gut, das ist ein Würstchenbrater, so ein Kontaktgrill. Da ist immerhin hier dies Teil, dieser Griff, ganz witzig gemacht. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Dieser Wender. Aber ich glaube, wegen des Grills kauft es jetzt niemand, sondern eher zum Beispiel wegen Bart. Und Bart guckt schon mal ein wenig so, als wenn er was ausfressen wollte. Passt natürlich auch irgendwie. Und wer das Video zum Beispiel gesehen hat von den Designern, der weiß auch, die sind sehr stolz darauf, dass sie endlich mal Shorts bei sich im Angebot haben. Und wir sehen auch, es sind eher so Hobbit-Beine, einem Anschein nach, die ihm hier verpasst wurden. Dazu gibt es natürlich Radioactive Man, den Comic. Ja, okay, hat er in der Hand. Der gute Homer, ja gut, immer mit seinem Ausweis dann hier versehen, sieht man schon mal, noch mit so Seika seinem Gesicht drauf gemalt. Mit Krawatte, mit seinem markanten Gesicht, hier auch mit diesem schlecht rasierten Bart, glaube ich, soll das dann immer darstellen. Und eine Wurst in der Hand. Und auch er guckt, allerdings nicht so verschmitzt, sondern eher, wird man sagen, ein bisschen träge und müde. Passt ja auch. Und dann, das ist natürlich auch ein schönes Highlight, mit diesem riesen Haarschopf hier im Arsch, die dann wie eine treue Mutter guckt. Also die Gesichter sind schon gerade durch diese Augenpartien, werden wir gleich auch hier bei Lisa sehen, schon ganz interessant gemacht und versuchen schon allein dadurch so ein bisschen dieses Image dieser Figuren auch rüberzubringen. Jo, ansonsten hat sie hier noch so ein Glas in der Hand. Das kann man ja auch individuell machen. Und sie hat eine Schwürze, wie wir hier erkennen können. Aber das Highlight, wie gesagt, das ist natürlich hier ihr Kopfschmuck. Diese hohen Haare. Und hier sehen wir gleich schon bei Maggie. Die guckt eben so, ja, treu, klug, soll man vielleicht sagen. Sie hat ein Fotoapparat in der Hand und hat auch so einen kleinen Rock hier an. Das dürfte wahrscheinlich so was sein, was man da so leicht aus Pappe dann da ranklebt. Ja, ansonsten natürlich auch dieses typische Haarmuster hier bei ihr. Aber dieses Gesicht. Andere fanden das irgendwie, sie würde gleich so aussehen, als wenn sie heulen würde. Ich finde, sie guckt eher so unschuldig. Aber da mag jeder gucken, wie er möchte. Zum Beispiel auch hier unsere Kleine natürlich. Die Maggie, die dann diese ganz großen, aufgerissenen Augen hat. Und den Schnuller natürlich. Auch das gehört sich. Und dann hat sie noch so einen Uran-Brennstab in der Hand. Ja, was will man mehr? Ja, da fehlen, glaube ich, ansonsten die Beine. Das ist eben nur so dieser Lauf, wie soll man das sagen, dieses kleine Ding, was sie da sonst immer anhat. Wo sie ja gerne mal hinfällt. Ja, und Flanders mit Bart und offenen Augen und immer fröhlich gestimmt. Egal, was ihm so passiert. So kennt man ihn. Ja, also die Figuren, finde ich, sind schon mal klasse geworden. Ich bin mal gespannt auf diese 16, die dann noch dazukommen. Ob die dann auch, gehe ich eigentlich von aus, natürlich durchaus diese Qualität haben. Ja, dann gibt es noch so ein bisschen Kleinkram hier. Das sehen wir hier. Das müssen wir uns aber, glaube ich, nicht weiter angucken. Wir gucken uns lieber das Haus ein bisschen an. Und da haben wir hier oben zum Beispiel schon mal das Zimmer von Lisa, ist das. Da sehen wir nämlich hier zum Beispiel, da hat sie ja immer ihre Saxophon dabei. Schlafzimmer erkennt man auch daran. Man muss das nämlich sich denken, das klappt man ja hier zusammen. Das heißt, dieses Zimmer hier links ist gleich dem Zimmer rechts. Das gehört dann zusammen. Das sehen wir dann, wenn wir uns von oben das Ganze angucken. Hier haben wir auch so ein Kissen, das dann dabei ist. Und noch eine Teekanne da. Hier geht es rein. Also man sieht noch nicht alles hier. Es gibt noch ein bisschen Geheimnis, was wir uns gleich von oben noch angucken werden. Das ist das Elternschlafzimmer hier. Das dann hier zusammenklappt mit dem Teil, was rechts davon ist. Das ist nämlich hier dann auch von Maggie, dieser Laufstall, der dann dabei ist. Genau. Auch diese schönen alten Lampen hier oben, traumhaft. Und dann kommen wir hier nochmal in so ein Flur. Da geht dann auch die Treppe runter. Und das ist das Rest oder der Rest hier von Lisas Zimmer, wo sie sich dann auch die Haare steigen kann und ihren Fotoapparat abliefern kann. Dann gucken wir nach unten. Da haben wir dann das Fernsehzimmer oder das Wohnzimmer mit der obligatorischen Couch hier hinten natürlich. Und die Itchy und Scratchy Show, die läuft auf dem Fernseher hier und hat dann auch gleich zwei Antennen, so wie man es eigentlich auch sehr, sehr kennt. Hier geht die Treppe dann hoch. Wunderschön. Telefon haben wir hinten auch noch. Dann kommen wir in die Küche. Die ist nicht zweimal da, sondern auch hier die gleiche Idee wieder. Dieses gehört ja zusammen. Sehen wir von oben gleich. Deswegen also hier der Esstisch. Und wenn man zusammenklappt, dann haben wir auch die beiden wieder miteinander vereint. Schön. Gibt gerade ein paar Würstchen. Lecker. Und hier hinten, da haben wir dann auch, kann man noch ein bisschen backen. Hier gibt es so Formen. Ein Mixer ist auch dabei. Also viele Kleinigkeiten erkennt man hier. schon, die dieses Set sicherlich ausmachen werden. Flanders ist auch geradezu da zu Gast. Und wir haben auch hier die musische Ecke. Ein Klavier gibt es nämlich zum Beispiel hier im Wohnzimmer. Und dann haben wir auch noch hier die Fenster und, und, und. Also allein von diesem Klavier hier die entsprechenden Pedale, dass die da auch dran sind. Und hier auch die entsprechenden Tasten. Herz allerliebst, möchte man sagen. Es gibt sogar hier eine Klimaanlage. Die sehen wir hier oben links angebracht. Wir sind ja in Amerika. Da braucht es auch eine Klimaanlage. Und rechts, da ist dann die Garage. Die sehen wir uns gleich nochmal genauer an. Aber da haben wir zum Beispiel auch dieses pinke Fahrzeug, wie man es ja auch aus der Serie logischerweise kennt. So, was wir jetzt von der Seite gesehen haben, das gucken wir uns jetzt von oben an. Und dann sehen wir auch, dass die Räume miteinander zusammenhängen. Hier, das ist also Elternschlafzimmer mit dem Kinderbett. Dann haben wir hier die Treppen, das Treppenhaus, das Klo. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Das sah man nämlich so offen nicht. Aber hier haben wir immerhin auch ein Backbecken, eine Dusche und sogar ein Klosett. Und dann daneben, das ist Lisas Zimmer hier. Da zusammengehängt dann auch. Und das, das ist das von Bart. Das haben wir nämlich gerade eben, glaube ich, auch so noch gar nicht gesehen. Hat er auch hier seinen Comic wieder liegen. Und eine kleine Tasche, eine Lampe hier am Bett dann auch dabei. Gucken wir weiter wieder. Die nächste Etage von oben. Hier sehen wir dann die Küche. Und hier das große Wohnzimmer mit dem Sofa dann auch. Da sehen wir auch das Telefon jetzt noch ein bisschen besser. Und hier, da ist die Garage dann mit dem Auto und auch mit einer Werkbank. Und hier so ein Werkzeugkasten und, und, und. Also traumhaft, was da alles gemacht ist. Bis hin hier sogar zu diesem hier Teppich, der dann da vor dem Sofa sitzt, wie man es dann auch kennt. Und das zum Abschluss nochmal. Traumhaft schön auch. Ich glaube, ich wiederhole mich. Und wenn es denn schon vorbestellbar wäre, ich hätte es schon bestellt. Nichtsdestotrotz kann ich mir die Bilder noch ein paar Tage angucken. Hier sehen wir nämlich jetzt die Garage. Und da sehen wir zum Beispiel auch diese schönen Kleinigkeiten, wie hier zum Beispiel, dass die Schubkarre zu Ned Flanders gehört. Property of Ned Flanders. Also das kennt man ja auch aus der Serie. Das Homa ist, sagen wir so, mit den Eigentumsverhältnissen der Nachbarschaft nicht ganz so ernst nimmt. Da haben wir dann auch hier zum Beispiel noch so einen Schraubendreher und, und, und. Traumhaft, sagte ich glaube ich schon, ne? Ja. Auch so viele Kleinigkeiten. Wunderschön das Ganze. Also, wer 199 Euro über hat, der wird sowieso glaube ich schon darüber nachdenken, das zu kaufen. Ich hoffe ja, dass wir im Mai dann auch die Folge richtig im Fernsehen sehen können. Hoffentlich dann zumindest bald hier auch in Europa und in Deutschland. Und ich freue mich schon riesig drauf auf dieses Set. Dann, ja, sage ich erst mal, das war's für heute mit der Klemmbaustein-Lyrik-News. Mal sehen, ob es sowas mal wieder gibt. Solche epochalen Dinge passieren ja zwar nicht so oft, aber sie kommen ja vor bekannterweise. Dann war's das für heute. Bis bald. Euer und ihr, Kaulius. Und tschüss. Musik. 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 Musik.